Okay, wir sind wieder da und wir haben einen Plan, wir werden diesmal nämlich nicht aufgeschnittene Brötchen 50 mal im Kreis rumfahren lassen. Das hat Kirchner nicht gemerkt. Ja, war schlau und klug. Jetzt wird's super easy. Das kann nur schief gehen. Nein, das kann nur gut gehen. Weil jetzt sparen wir ganz viel Zeit, weil keine Brötchen mehr im Kreis fahren. Ja, weißt du auch, wir burn the bridge when we get it. Ich geb euch Brüste. Was brauchst du? Brötchen, Zwiebel, Brötchen, Zwiebel. Brötchen. Zwiebel, ups. Dann haben wir nämlich auch nicht so viele rumfliegen. Ja, aber wir. Zwiebel. Zwiebel. Aber ihr habt ja Platz. Brötchen, Zwiebel. Leg das ab, brauche ich. Du brauchst als erstes Ketchup. Oh Gott, ich hab noch gar nicht geguckt. Zwiebel brauch ich zuerst. Und dann Ketchup. Ein paar Brötchen, wenn's geht. Brötchen hacken, Elek, das sind Nummer zwei. Ja, hab ich gesehen. Ähm, der Teller kam mir das rum. Ähm, ja. Ne Brötchen zu uns. Knopf. Knopf. Drüber. Ups, bin grad an dich gestoßen. Äh. Oh, warte mal, das war das. Das ist ein Schießer. Löl. Äh. Äh. Ich lass dann auch die Teller hier. Genau. Aus. Ich brauch Würstchen. Ich hab keine Würste. Warum gibt die mir keine Würste? Weil die Oma grad wieder alles macht. Knopf. Hast du? Ja. Brötchen. Noch ne Wurst bei Gelegenheit. Noch ne Zwiebel. Äh. Äh. Äh, die kacken. Brötchen. Oh, ich vermischt die Sachen nicht. Meine Güte. Äh. Äh. Ach, ne Langeweile. Lass ne Langeweile drüben. Lass ne Langeweile drüben. Ja. Äh. Dann brauchen wir ne Wurst. Äh, ein Brötchen. Ach, shit, die Kacki. Lass das Brötchen los, aber. Alter. Ich brauch ein Brötchen. Geht einfach nichts hier gerade. Es ist zu viel Zeug hier drauf. Äh. Ich brauch trotzdem Brötchen. Ja. Hab's so vorgestellt. Nein. Ketchup. Ketchup. Was ist Ketchup? Äh. Ich bin verwirrt. Habt ihr jetzt? Das kommt da. Ja. Okay. Nee. Schön. Okay, okay, okay. 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 Spül. Okay. Spül. Ah, die stelle ich jetzt immer ab. Raus. Raunwürstchen. Geht nicht. Es ist kein... Alter. Okay. Wir haben übrigens genug Zwiebeln. Weil wir hier liegen schon drei geschnittene, also. Das war. Geht weg. Entschuldigung. Ja. Verzeihung. Knapp. So, das sind wir. Knopf. Brötchen. 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 Knopf. Nein. Doch. brettchen haben wir jetzt schon mehr punkt das beim letzten mal? ich hab das gar nicht im blick nee ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht wie viele punkte wir brauchen 2.000 irgendwas 2.160 glaube ich 2.160 knopf ich muss das früher sagen ich bin noch ein bisschen raus nächste runde klappt ich hab nur kein dingsbums noch keinen überblick wann was hast du wo ich es jetzt noch mal drin ein normalo bei euch nach ihr habt kein dings oder dann brauchen wir ein dann brauchen wir ein berühmter kommt er kommt er kommt okay das war das war ein bisschen kacke nächstes mal klappt besser ähm zwiebel bitte nur wenn wir schreien ach guck mal wir waren gar nicht so schlecht ja zwiebel wenn wir schreien und dann geht das und gibt uns am anfang ein äh ja aber zu viel kann ich auch nicht geben weil das nee ein eingeschneppeltes brötchen reicht ja schon weißt du einfach nur dass wir eins hier haben ach ich bin gegitscht ach wow so äh er legt brötchenschneppeln ganz dringend hier rechts liegt schon eins ich kann es nur irgendwo umlegen ja ok 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 ja ne ähm knopf zwiebel ja komm ne zwiebel äh 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 bei gelegenheit mal äh zwei würstchen rüber ja kommen danke doch nicht raus er ist denn da ich hab ne wurst auf dem schneidbrett und kein brot das kann gleich wieder weg ähm raus knopf brötchen zwiebel oh man wie geht das raus brot gut knopf jetzt ähm raus gut knopfmeister jetzt danke knopf bei gelegenheit nicht dringend danke zwiebel wär trotzdem gut ja dringend zwei zwiebel und brötchen ähm 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 äh knopf dann kann ich nochmal brötchen legst du irgendwo hin ehrlich ich brauch's bei gelegenheit ne wurst legst du irgendwo hin ich brauch's danke ich hab nicht gesehen dass ich es noch an der Hand hatte ich dachte es lag schon dort ähm bei gelegenheit ne wurst ähm okay mhm ähm äh ne zwiebel wenn es geht ihr kriegt doch ne wurst knapp danke danke knopf knopf äh 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 keine zwiebel senf danke knopf knopf und noch ne zwiebel und ne brot ha ha bei gelegenheit ne wurst ha ha scherze äh leute wir haben uns schon längst ja das brötchen das kriegen wir noch raus hier flop ja seht ihr was ich meine ja auffällig wie der unterschied ist von den Punkten ey huch ich glitsche huch ich glitsche sie brächtchen aufs dresdball zu schmeißen ha 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 ist doch geil immer zehnmal um Pudding zu fahren ha ah schön ha ha